Worauf ist er gefangen? Marder und ein Stück Wurm. Ist das Bienenmarder und Wurm? Bienenmarder und ein Stück Wurm, ja. Okay. Ja, gerade zum Räuchern, ja. Ja, zum Räuchern ist die gut. Wir haben gerade so ein Räuchergerät geholt. Habt ihr mit, oder wie? Nee. Jo, danke. Ich müsste ja Räuchern gerät mit dem. Elektrisch, weiß du. Ja, elektrisch, ja. Okay.